so oft sterben gehen wie wir wollen beziehungsweise 96 mal sterben reicht mir mehr aber auch nicht dann haben wir auch das Bonus Level zu tun das weiß ich noch zumindest haben wir noch ziemlich viel zu tun ey haben wir dich gar nicht getötet ach ne hier sind wir reingekommen genau da war ja was da müssten wir ja auch gleich ins Bonus Level kommen das war doch unmittelbar in Nähe hopp die waren weg ähm hier haben wir weitere Kisten oh du willst mich verarschen ne das hätte schief gehen können jetzt oha oha hopp hier ist Bonus genau oh man Frames bitte nicht und da ist ne Checkpoint Kiste endlich hopp ja ok Bonus können die Frame-Einbrüche sein da geht die Welt nicht unter für mich zumindest nicht weil wir landen ja eh wieder vom Bonus Level dann und nicht vom letzten Checkpoint was mich wesentlich mehr stören würde hopp 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 den Sprung mach ich mir aber einfach jetzt ähm weiter hoch bitte danke hopp und geschafft perfekt perfekt Leben sind auch wieder voll also kann ich mich nicht beschweren na komm weg mit dir weiterlaufen weiterlaufen hopp und Checkpoint ach ja ich kann gleich hier ducken vergiss es das sind meine Küsten dies waren meine neun äh elf Küsten führen uns noch dann sind wir zehn Küsten fehlen uns noch dann sind wir hier fertig hopp 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 na f jetzt fehlen uns nur noch äh ja jetzt fehlen uns nur noch fünf Küsten und ich hoffe ich muss nicht nochmal den ganzen Weg aha und voila äh oh 33 sind es wo standen dann noch die drei Nitro Küsten oder waren das im Bonus Level und ich hab die nicht mitgenommen auch egal Hauptsache sie sind weg und da sind wir die kompletten fünf Stages sind jetzt komplett fertig so was haben wir ja die Edelsteine die Edelsteine fehlen uns noch die fünfe unten da fehlen uns drei und da haben wir alles yeah wir sind gut wir sind richtig gut meine Maus hat sich wieder abgeschaltet einmal gucken ja wir haben noch Zeit wir haben noch richtig schön Zeit gut dann wieder runter an die Bonus Level da werden wir euch jetzt am meisten rum rupen und als erstes will ich gucken was Rings of Power ist denn ich weiß es nicht aber ich will es wissen oh nein ich ahne Bonus Game ok ok so weit so gut sieht ganz lustig aus muss ich sagen ach das ist aber noch Wettrennen ah genial wow 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 und die Musik ne kommt mir nicht bekannt vor leider so was war das grad so Kisten gehen weiter flöten da machen wir fleißig kaputt oh 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 verdammt ah eine Kiste eine gottverdammte Kiste hat uns gefehlt boah aber das Level ist geil das muss ich mal sagen also das gefällt mir mal richtig ein Edelstein mehr leider nicht da gehen wir gleich nochmal rein 1 20 waren 6 Sekunden zu langsam ja ich hab auf x gedrückt das ist ja bremsen das ist klar dass ich langsamer war jetzt machen wir ohne Zeit denn ich will alle 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 Kisten haben ach ja genau einmal umdrehen bitte noch einmal umdrehen wat wat das oah doofen nitro kisten echt doofen nitro kisten hier und wieso sind wir schon wieder auf Zeit ich will doch gar nicht auf Zeit spielen ach ist doch nervig egal weg durch weg weg sieht ganz gut aus wir haben es vielleicht zur Hälfte geschafft perfekt wow 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 nicht so schnell meine Freunde jetzt geht es da entlang ja und dann da vorne wir bremsen mal ein Stückchen ab damit wir die Kiste bekommen ist für mich ganz wichtig langsam hier hatte ich die eine Kiste vergessen daran kann ich mich erinnern hopp hopp was passiert eigentlich wenn ich durch so eine tolle nitro kiste fliege ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren möchte ich mal ganz ehrlich sagen gut und die letzte ist da gut da haben wir den nächsten Edelstern bekommen dann machen wir bloß noch das Zeit drin hier dann hätten wir das geschafft das Level gefällt mir richtig gut muss ich sagen es ist geil also ja es macht Spaß hopp wie sieht es aus 94% ja drei Edelsteine fehlen uns noch und drei Relikte oh yeah dann sind wir 100% oh man das wird geil das erste Mal weil ich das Spiel mit 100% gespielt habe und ich hoffe es kommt doch irgendwas Spezielles so ab da durch eh eh wie ich verarschen Und hier lang. Durch. Da lang. Weg mit der Nitro-Küste. Die ist... ...wird zu gefährlich. Oh, verdammt. Das können wir vergessen. Müssen wir nochmal machen. Äh, Moment. Wir machen das ganz anders. Wir fliegen durch. Da sparen wir nämlich etwas Zeit. Möchte ich mal so anmerken. Schön. Das läuft doch ganz gut. Ja. Weg mit der Nitro-Küste. Mit der auch weg. Ich mag Nitro nicht so. Ist nicht so mein Fall. Ja, da hängt auch wieder eine, ne? Nein, da hängt jetzt mal keiner. Da hang aber eine. Das sehe ich jetzt schon von hier aus. Die rechte. Genau. Habe ich gut erkannt. Hopp, hopp, hopp. Hier ist es die hintere. Und hier, es läuft alles richtig gut. Gut. Ja, da hatten wir die Nitro-Küste hängen gelassen. Wie man sieht. Das haben wir echt gut hinbekommen. Und hier geht es jetzt gleich mal weiter. Mit Highspeed. Ah, ja. So weit. So gut. Oh nein. So ein Mist. So ein doofer Mist. Wupp. Und durch. Ah. Ah. Das ist geil. Das muss ich mir merken. Das ist natürlich praktisch. Nya. Geil. Das Level gefällt mir. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen. Nya. 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 Das Level. Oh, dafür hat es sich ja schon gelohnt, allein das ganze Zeug zu machen. Aber echt, ey. Ah, zu spät. Uah. Oh. Okay. Das passiert, wenn wir Nitro mitnehmen. Ach, geht also auch ohne Zeit. Dann war ich bloß immer zu doof, das ohne Zeit zu machen. Gut. Da haben wir uns etwas doof angestellt. Egal. Machen wir gleich mal weiter, damit wir nicht die Zeit hinter uns haben. 1.20 muss es werden. Also. Und durch. Da können wir es auch noch machen. Da können wir es auch noch machen. Ab hier aber mal nicht so. Weil ich glaube, das geht dann schief. Genau. Da können wir nochmal boosten. Da sind wir direkt der Nitro-Kiste ausgewichen. Hier können wir gleich durchboosten. Das läuft hervorragend. Aber gerade noch so geschafft. Ja. Ah, sieht das gut aus. Da gehen wir mal durch. Und hier boosten wir wieder. Und durch. Ah, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und ich denke, um hier Gold zu bekommen, muss man durch jedes dieser Kreise durchboosten. Da bin ich mir tot sicher. Ich will da rein. Perfekt.